Willkommen zurück zu einem neuen Part von Mogeko Castle. Wir befinden uns in den Gemäldern von Mogeko. Und leider ist unser guter Freund Hasu in der letzten Folge verstorben. Aber er hat uns noch verraten, wo es hier einen Geheimgang gibt. Und zwar ist es dort, wo dieser unauffällige Pfeil ist. Und ich denke, da sollten wir jetzt einmal hingehen. Dort ist ein geheimer Weg unter dem Bett. Hineingehen? Ja. Er war mein Freund, weißt du? Es muss schwer sein, jemanden so Wichtiges zu verlieren. Hm? Hey, ich sehe die Treppen. Lass sie uns zum nächsten Stockwerk nehmen. Stockwerk 5. Wir sind fast da, Missy. Ja. Der fünfte Stock. Der sehr hungrige, groteske Mogeko. Wieso? Wieso? Muss alles eines Tages auseinanderbrechen? Ah. Das war eine sehr kurze Erinnerung. Sonst denkt ihr immer was länger nach. Missy, was geht dir im Kopf umher? Geht's dir gut? Ah, tut mir leid. Es ist nichts. Hm. Können wir zurück? Nein. Hier ist auch zu. Ah, warte mal, Missy. Wir sollten die weiter entfernte Tür zuerst nehmen. Na gut. Was? Wow. Was haben wir denn hier? Das Mogeko Krankenhaus. Okay. Dann sprechen wir mal mit den Leutchen. Warum redest du nicht mit mir? Huch. Man kann sie auch von hinten ansprechen. Aber die reden auch nicht. Hm. Was sagt ihr? Genauso wenig. Ist aber nicht nett. Ah, seid leise im Krankenhaus. Wahrscheinlich reden die deshalb echt alle nicht. Ah, gestern ist mein Freund an Heuschnupfen gestorben. Ich konnte nichts tun. Ja. Heuschnupfen ist wirklich sehr schwerwiegend. Was haben wir da noch? Sharkfin. Ein Kalender. Ein Bild von irgendwas. Und hier das gleiche. Ich habe die Befürchtung, dass die wirklich alle nicht mit uns reden. Aber wir wollen ja auch nichts verpassen. Was haben wir da? Wir weisen alle zurück, die nach Zigaretten stinken. Na, zum Glück rauchen wir nicht. Es ist zu viel. Du hast nichts falsch gemacht. Weine nicht, John. Sie hat einen Namen? Stephanie? Moment. Ähm. Peperuccino-Vergiftung ist etwas, das nicht geheilt werden kann. Moment. Das heißt wirklich John? Das sind, glaube ich, die ersten Mogecos, die Namen haben. Also so richtig. Und nicht einfach, wie die an der Anmeldung heißen. Naja. Uh. Was haben wir denn da? Es ist eine Werbung von dem Anime The Grey Garden. Das ist ein weiteres Spiel von Mogeco. Also dem Macher von Mogeco oder Deep Sea Prisoner heißt er auch. Und das wollten wir auch noch spielen. Also ich wollte es mit euch spielen. Ihr versteht schon. Aber das sieht echt süß aus. Vor allem die hinteren gefallen mir alle. Cool. Schwänze. Ein Kalender. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Warum ein Krankenhaus? Missy, für den schlimmsten Fall sollten wir uns hier Waffen besorgen. Lass mal überlegen, was für ein Stockwerk das war. Hä? Hä? Nun, schau. Selbst ich werde nicht sicher sein, wenn ich unbewaffnet bin. Soll es glaube ich heißen? Äh, was? Das ist ein Krankenhaus Waffen. Oh, hab ich's dir nicht erzählt? Hä? Oh. In diesem Stockwerk gibt es ein großes, menschenessendes Monster. Ähm. Es ist nicht so schlimm wie Mogeco, aber... Und es soll in einem Käfig sein. Aber für den Fall, weißt du? Also... Also... Ja, es ist ein Krankenhaus, aber... Es hat viele Waffen und Spielzeuge. Der Blick. Was ist los? Mein Bauch tut weh. Okay. Fahren wir in den zweiten Stock? Wir gehen einfach... Ja, den Stockwerken nach. Na du? Du redest auch nicht mit mir. Entschuldigt den kurzen Schnitt, das Telefon hat geklingelt. Mal wieder. Und ich bin kurz drangegangen. Also, hier haben wir ein ganz normales, einfaches Bett. Und dieser Mogeco spricht auch nicht mit uns. Prosciutto. Dieser Besuch hat sich gelohnt. Auch wenn keiner mit uns spricht, wir haben Prosciutto erhalten. Das finde ich gut. Hm. Die reden wirklich alle nicht mit uns, ne? Naja. Ah, hier haben wir was. Cool. Was haben wir? Dort ist ein Knopf, ein Schalter unter dem Bett. Wollen wir ihn drücken? Immer doch. Irgendwo ist ein Licht angegangen. Ist das jetzt hier oder in einem anderen Stockwerk? Gehen wir nochmal kurz in alle Zimmer und gucken, ob sich da irgendwas getan hat? Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Nein, einen großen, ja. Einen ekligen Käfer, der auf diesem Knopf drückt. Ach, der auf dem Knopf drückt. Dieses Telefonat hat mich voll aus dem Konzept gebracht. Also, dort ist ein großer Käfer auf dem Knopf ins vierte Stockwerk. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, ihn zu zerstören? Und deshalb fahren wir jetzt ins dritte Stockwerk. Und wahrscheinlich kamen wir da vorher nicht hin, weil das Licht nicht brannt oder so. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Okay. Die sagen auch nichts, aber die haben nicht mal mehr ein Gesicht. Beziehungsweise keinen Gesichtsausdruck. Nicht schön hier. Steht da eigentlich was? Ja, ein blutverschmiertes Bett. Hm. Auch ganz schön bedrückend, dass jetzt gar keine Musik mehr hier ist, ne? Ah! Ah! Die Tür ist abgeschlossen. Huch! Hä? Was? Junaka öffnete die Tür und schaute hindurch. Hey! Irgendwas passiert? Nein! Meine Vorstellungskraft hat mir einfach... Also, ich hab mich... Meine Vorstellung ist einfach etwas übertrieben. Ja, ähm... Ihr wisst schon. Hä? Krankenhäuser sind gruselig. Sie machen, dass du dich fühlst, als würden jederzeit Zombies aufpappen. Du schaust zu viele Filme. Yes, Sir! Okay. Das war creepy. Da ist Zeug drin. Mhm. Uh! Wir haben ein Insektizid bekommen. Damit können wir bestimmt den Käfer kaputt machen. Was ist das? Können die mich töten? Ich berühr's mal. Nein. Oh, oh. Oh Gott, ist das ekelhaft. Und es sind so viele davon. Warum gibt's hier so viele Zombie-Mogekos? Sind die auch auf... Ja, sie sind auch auf den Zimmern. Oh, ist das ekelhaft. Aber zum Glück tun die uns nichts. Schnell weg da. Ja, wir haben den Käfer kaputt gemacht. Ja. Oh, war das ekelig. Ekelig war das. Okay. Da fühlen wir uns wieder beobachtet. Von denen vermutlich auch. Prosciutto. Köstlicher Prosciutto. Heilig den Prosciutto. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wieso hast du das getan? Gib's zurück. So. Wow. Das sind wirklich viele Waffen. Aber da steht auch nichts Näheres zu. Nur Waffen. Was haben wir da? Lachs erhalten. Lachs hatten wir, glaube ich, noch nicht, oder? Ne, da. Yay. Oh, der Ampe weint. Und da sind Waffen drin. Was ist das für ein Ort? Da, hier gibt's wirklich Waffen? Ja, ich bin da dran gewöhnt, hier immer hinzukommen. Ach, das waren noch Tage. Äh? Ja, richtig. Hier sind wir richtig. Wir haben einen Raketenwerfer erhalten. Äh? Hiermit können wir sogar dieses Monster schnappen und platt machen. Das scheint mir gefährlich zu sein. Alles klar, wir sind fertig im Krankenhaus. Lass uns zurückgehen zur anderen Tür. Ja, ich fühle mich so unwohl. Hm. Naja, er weiß bestimmt, damit umzugehen. Ich vertraue dem defekten Mogeku. Auch wenn er wirklich gruselig ist auf so Wegen, wo man eine ganze Weile immer nur geht. Ohne irgendwas anderes. Ihr wisst, was ich meine, ne? Diese langen Gänge. Da fängt er ja dann immer an zu quatschen. Und das ist echt ein bisschen creepy. So irritierend. Ah, verdammt. Was zur Hölle? Wie konntest du es wagen, davonzukommen? Ich werde dich fangen und dich zerquetschen. Frick, 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 frick. Das war, glaube ich, kein Lachen. Aber egal. Okay. Ihr Blick verdichtet sich. Verengt sich. Wie nennt man das? Mogeku hat eine gute Idee. Was für ein langer Gang. Missy? Ja, was ist denn? Weißt du, wie auf jedem Flur, da waren doch immer ganz spezielle Mogekos. So wie der etwas seltsame Mogeko und die Prosciutto-Fee, richtig? Ja. Ich denke, ich sollte dir etwas über die Entstehung dieses Schlosses erzählen. Hm? Einst gab es ein einsames Individuum. Er konnte seine Einsamkeit nicht ertragen. So schuf er ein Königreich, einzig für sich alleine. Er wurde der König des Landes. Ein Königreich benötigt ein Schloss für seinen König. Also errichtete er jenes im Zentrum. Und dies ist das Schloss. Aber es gab nichts innerhalb dieses Schlosses. Es war eine Welt des Nichts. Pondert kenne ich gerade nicht. Da schaue ich einmal kurz nach. Das ist bestimmt irgendwas ganz Einfaches jetzt. Aber ich weiß es nicht. Pondert. Ah, er überlegte. Ein schönes Wort. Der König überlegte. Er grübelte. Und so schuf er sieben Mogekos. Dies waren die speziellen Mogekos. Ich sehe auch, das erste ist der irgendwie seltsame Mogeko. Dann die Prosciutto-Fee. Der Blutgeist. Hasu. Erinnert ihr euch, in dem Gefängnis saß doch so ein weißes Teil, das Fluff gesagt hat. Vielleicht ist es sogar das gewesen. Dann irgendwas Rundes und ein normaler Mogeko, zumindest von den Umrissen her. Sie wurden auf jedes Stockwerk verteilt und dienten dort als Beschützer des Stockwerks. Dann schuf der König weitere Mogekos. Und das Land wurde sehr viel geschäftiger. Der König schaute es sich an und war sehr zufrieden. Das war die Entstehung von Mogeko Castle. Das ist ganz schön ordentlich, schätze ich. Aber der König, der dieses Schloss errichtet hat, wer genau ist er? Er ist... Mogeko. Wieder eine nicht hörbare Differenz? Ja, kleingeschrieben. Das ist verwirrend. Beschwer dich nicht bei mir. So enden die Gespräche immer. Beschwer dich doch nicht bei mir. Okay, was haben wir hier? Ich möchte mich noch ein bisschen umschauen. Huch. Kamen wir da drüben noch weiter? Nein. Hier ist wieder so ein langer Gang. Mit Musik, die immer lauter wird. Das nenne ich mal bedrückende Musik. Und das ist so ein ekliges Viech. Ich werde hungrig. Möchtest du etwas Prosciutto haben? Nein. Wow, er ist ganz schön dickköpfig. Das ist irgendwie zu süß, dieser defekte Mogeko. Sie mag ihn. Das ist doch schön. Ich meinte ja auch, ich vertraue ihm langsam. Außer wenn wir solche Gänge langgehen und er gruselig ist. Dieser Ort ist angsteinflößend. Oh, ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Sag mir sowas nicht. Noch ein langer Gang. Die möchte ich gerne eigentlich hinter mir lassen. Hat da jemand gelacht? Oh mein Gott. Da ist es wieder. So müde. Ah. Gott, versuch doch wach zu bleiben. Und hör auf, so süß zu sein. Das finde ich irgendwie niedlich. Abgesehen von diesen ekelhaften Lachgeräuschen. Die sind alles andere als niedlich. Wow. Das ist auch ganz schön gruselig. Ähm, ähm. Meine Freunde sind in diesem Käfig. Ich bin gekommen, um ihm zu helfen. Aber ich weiß nicht, wie ich ihn öffnen soll. Okay. Wie wäre es mit diesem Knopf hier? Was? Der Knopf öffnet den Käfig. Wir könnten ihn zerstören, damit er nie wieder geöffnet werden kann. Ja, hi und okay. Warum können wir nicht nein sagen? Kann ich Escape drücken? Nein, kann ich nicht. Äh. Hi. Hi. Das ist so gemein. Was sagt er jetzt? Der ist bestimmt voll traurig. Äh. 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 Was? Oh mein Gott. Wir können ihn töten und wir können nichts anderes als Ja sagen. Hi. Das tut mir gerade so leid schon wieder. Oh nein. Tot. Oh. Oh. Okay. Hier haben wir ganz viele weinende, eingesperrte Mogikus. Was ist das Rote im Hintergrund? Das ist voll eklig. Steht da irgendwas? Nein. Wow. Ja, komisch, dass er nichts sagt. Aber die Zelle geht jetzt auch nicht zu, wenn wir dahinter sind. Das ist gut. Das ist gruselig. Oh mein Gott. Hm. Dann schauen wir noch mal, was es hier hinten gibt. Hm. Missy? Was? Weißt du, ich. Hallo. Könnt ihr mich hören? Hä? Ich hab einfach so das Gefühl, dass es Mogeko sein könnte, oder? Ja. Diese Stimme. Mogeko. Eine Ansage an alle. Fangt das Highschool-Mädchen und den Defektor. Hä? Äh, es sind so viele. Äh, äh. Missy, renn einfach. Nö, nicht weiter. Mogeko. Mehrere Türen? Verdammt. Geh einfach mit deinem Bauchgefühl. Willst du mich eigentlich veralbern? Okay. Ja, wir können Pause machen. Das ist sehr gut. Ähm. Ich würde sagen, das ist eigentlich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Wenn wir versuchen zu fliehen und einfach nach unserem Bauchgefühl die Türen öffnen. Bis dann!